Aua! Hühner? Hühner! Hast du denn welche gespawnt? Ja, krabbeln überall welche rum. Sei froh, dass kein Hundespawner gibt. So Hundeeier, ey. Wie ich mir die alle spawnen, alle zähmen und dann dich hauen. Dich so provozieren, dass du mich zurückhaust. Ach ja, gute Idee. Nee, ich haue ja nicht. Aber reicht so ein Ei nicht auch? Nee. War witzig ja abhärten. Weil du bringst mich herum. Überall Bodenplatten? Vor deinem Zimmer? Ja, und da laufe ich irgendwann mal irgendwo drüber, weil ich denke, ach, ist ja auch wieder nur einer und dann macht das Van. Hier eine Blume. Hau ab mit deiner Blume, Mann! Hilfe! Nein! Bist du etwa schon wieder hier unten? Nein! Hau ab! Eine kack Blume hier, du Wichser, ey. Hat erst noch die Blume in der Hand. Komm, du willst doch auch. Hau mal ab. Wo hast du die Blumen schon wieder, hä? Ich glaube, ich mach mal in dem Textur-Package so nackte Männer als Bilder und die häng ich dann in dein Zimmer auf. Boah! Aber das seh ich ja nicht, ne? Nur du im Video, ne, du Arschloch. Genau, da sag ich ja, guck mal, so Dätschi bei dem Zimmer. Die, die, die Schwuchtel. Boah! Da merk ich mir... Jetzt! Haben wir keine Knochen mehr? Doch, irgendwo müssen welche sein. Wie, was hast du vor? Willst du Hunde holen heute? Nein! Nein! Nein, er haut ja auch noch rein, ey. Jetzt leg mir so einen Hunde-Zwinger an. Wo ich 500 Hunde mach. Wird schon Angst, eigentlich. Weil du kannst ja nicht mehr auf dem Server, wenn ich nicht da bin. Hast du etwa die Knochen gefunden? Oh! Die waren kurz in meinem Inventar und dann wieder nicht. Echt? Ja, ganz, ganz ruhig. Krass. Aber es wird hier ein Spy haben. Boah! Die Fide hat wieder Warn, ey. Die werden jetzt erst mal geschaufelt. Boah, ist hier ein Slime. Ach ja, wir müssen mal in unsere Slime-Falle gucken, ob da irgendwas drin ist, ne? Ja, guck mal, da ist ein ganz Sticker. Ehrlich? Ja. Lohnt es sich runterzukommen, sagst du? Ey, ich lass den mal noch am Leben. Ach, bist du da runtergesprungen? Nein, ich habe mich geportet. Ach, zur Slime-Falle gibt es ja auch einen, ne? Ja. Vergiss ich ihn mal. Sieht die Tür jetzt offen oder zu? Ah, sie ist offen. Wie behindert der aussieht. Ah! Los, töte ihn! Hilfe! Mehr Slime-Balls! Endlich haben wir einen Slime-Chunk, wa? Komm, wie viele da gedroppt sind. Sieben Stück. Hau ab! Hilfe! Aber ist falsch. Oh, eine Rosenspur. Das haben wir nie von dir. Geil, ne? Und dafür werft ihr aber einen Slime-Ball ins Gesicht. Was sind denn die, die... Ich werde mir jetzt mal ein paar Hunde besorgen und dann komme ich wieder. Nix! Doch. Ich bin, ich bin schon im Wald. Kannst eh nix machen. Ich bin schon im Wald. Ich bin schon im Wald. Schieß dich mit der TNT-Kanone ab. Oh oh, hast doch gar keine. Jetzt fährt der Berg so auf in alle Richtungen, ey, unten drunter. BAM 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 BAM! Die Nuke. Vorhin, wo ich bei Days on the Server war, da war übrigens eine Nuke, ne? Ja, ist dann so ein Cheat oder irgendwie sowas. Ja. Von Assi, dann sind alle tot. Ja, aber auch ganz komisch, da flogen auch Wände weg und so, ne? Oh. Aber sind die Wölfe nachts aggressiv? Nur bei dir. Die hassen dich. Förmlich. So, ich wollte jetzt Diamanten nehmen und mir mal eine neue Spitzhacke bauen. Diamanten! Echt, nur noch vier Diamanten? Krass! Echt, nur noch vier? Ja. Also wenn einer weiß, wie, ähm, kann sein, dass wir das dann in der Zeit schon haben, aber wenn einer weiß, wie dieser Enchantment Mode auf dem Server funzt, der kann mir gerne mal so ein Video schicken oder dergleichen. Das wäre sehr nice, ne? Ja, das wäre sowas von nice. Aber sowas von, ey. Das wäre so ultimativ Porno, ey. Weil ich muss ja auch mal eine Wand wegmachen, weil hier landet man sonst nicht in einem Wasserloch. Oh, hier sind jede Menge Hunde ganz in der Nähe, Peter. Oh nein! Doch. Ich habe jetzt meinen sechsten. Boah. So ein Dietzer-Fleischengraden-Zombie für mich. Das Sechser-Rudel, ey. Du willst doch Sechser haben. Naja, aber nicht mit den Hunden. Aber Sechser-Hunde sind schon cool. Hm, Peter? Wolltest du mich nicht mal angreifen, ne? Nee, ist schon okay. Ich bin mal weg. Hier ist ein Enderman. Ja, töte den. Wir brauchen die Perlen. Hab ich vor. Ich will die Perle von dem Po- Ah, die Hunde nehmen den voll auseinander. Und der kann dann nicht weg, ne? Der kann sich dann nicht porten, wenn die angreifen anscheinend. Achso, der portet sich wahrscheinlich nur bei Spielern, ne? Ja. Voll geil. Voll krass. Einer meiner Hunde musst du dran glauben. Toll. Ja, bisschen Schwund ist immer, ne? Wenn man so ein Beastmaster ist. Neu, klasse, weil Minecraft. Beastmaster, Hunter. Wäre doch cool. Gibt es noch den Beschwörer. Mit Skills und so, wäre cool. Aber vorne sind zwei Spinnen, die da sich jetzt auch von meinen Hunden auseinander nehmen. Und ganz neu, der Bauarbeiter. Mah. Boah, viermal schneller Stein ab. Boah. Boah, du glaubst nicht, über was für eine Kante ich jetzt gerade drüber gelaufen bin. Ich bin so um so einen Baum rumgeschlängelt, ne? Ja. Direkt an der Spalte. Und bin dann quasi über ein freies Feld drüber geleckt und dadurch nicht runtergefallen. Ich hab mal Glück gehabt. Boah. Aber richtig krass. Ich fahr mal grad ein paar Steine hier, ne? Das war jetzt nicht... Ich mein, deine Kameraperspektive wär jetzt ein bisschen aufregender als meine. Ich glaube auch. War das ein Hund oder ein Gegner? War das bei mir gerade? Ja. Ein Hund, glaub ich. Ich hab nur so klick, 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 klick. Achso, nee, das war ein Gegner. Die Hunde, die mögen mich ja. Achso. Nein, die mögen dich nicht, das ist nur... Du bist nur ein Mittel zum Zweck. Oh, es sind nur noch fünf. Ich hab die Haare, es sind nur noch fünf. Einer ist gerade in die Spalte gefallen. Nein. Doch. Aber ich hab eine Enderperle. Guter Tausch. Geil. Kann ich die Hunde nicht abwärmen, wenn ich dir leckere Sachen geb? Nee. Menschenknochen. So, jetzt hab ich wieder sechs. Dann muss ich denen nochmal geben, verrottetes Fleisch, ne? Ja, dann wären die richtig geil. Cool. Dann wären die sowas von geil. Ich glaub, ich mach auf unserer Kuhfarm eine Hundezucht auf. Die ist ja eh leer. Stimmt, dann ist das halt die Hundeetage. Eben. So, Hauptsache ist, dass sie jetzt nicht den Creeper angreifen, der da ist. Boah. Dann so alle sechs weg, so. Instant. So, psst. Bäh. Alle tot. Toll. Nein. Ist natürlich nicht passiert. Au. Ist mir nicht runtergefallen. Hab mir was gebrochen. Ich blute. Genau. Und hast Hunger und Durst. Ja, Hunger hab ich auch. Volle Kammel. Aber hier unten ist ja noch eine Plattform, ne? Leider kann man die Schleimkugel nicht runterwürgen. Mach die Tür zu hier, weißt du. Unsere Tür ist doch eh offen die ganze Zeit. Zumindest passen die Hunde jetzt mal da durch. Ma. Zu den Kühen. Mein Gott, alle Hunde direkt weg. Womit kann man die nochmal züchten? Mit Dings hier mit... Mit Ekelfleisch. Ja, ne? Sind alle hier? Ja. Mit Jammelfleisch. Sitz. 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 Wie war das verdammt zum Sitzen? Aber so als Verteidigung sind die gar nicht schlecht, wenn du so sechs Stück hast. Ja. Hat schon hart gerobt, gerade gegen den Enderman. Wir sind voll auseinandergenommen. Hat der denn OEP gedroppt? Ja. Ah, gut. Geht ja dann. Das geht ja dann. Hier, wohin mit dem hier? Ah, warte. Hier, heute hast du noch hart. Oh. Komm in die Redstone-Tour. Und die Ender-Perle? Mob Drop. Was kann man eigentlich nochmal damit machen? Äh, sie entfinden. Ach ja, Ei of Ender kann man daraus machen, ne? Genau. Das Ei vom Ender. Hier liegen auch nochmal Eier drin in der Schlachtel. Ah, ja, Fein. Ah, Hilfe. Hat nix mehr. Da war überall Hühner, ey. Nein! Habe ich dich jetzt echt da runtergeworfen? Aber hier ist doch das Wasserloch, ganz runterkommen. Ja, ich weiß. Ich wusste, dass das da leider ist. Ähm, hast du schon wieder Steine gefarmt oder was? Ja, ich wollte da unten in der, ähm, in der Monsterball noch ein bisschen abholzen. Ja. Das Ekelfleisch. Wo ist das denn? Ah, da. Okay. Ich muss nochmal kurz zu den Hunden hoch. Ich will ja noch mehr haben. Mehr Hunde? Ja. So 250 Hunde will ich haben. Boah. Wenn wir zum Ende gehen, weißt du? Dann bringen die alle um. So, dann, ähm, ich geh schon mal unten in den... ...der eine Mopspawner, den wir da bauen. Also eigentlich ist das ja nur ein Steinfahren, wenn du so willst. Oh, oh. Creeper und eine Spinne hier unten drin. Gammeln hier ab und belustigen sich. An deinem Leid, ne? Oh, Mist. Hilfe! Was ist passiert? Ja, ich war im Inventar gerade und dann hat der Creeper mich doch gesehen. Ma. Ja, wie viele Leute brauch ich denn noch? Verkackter Creeper. Boah, wie viele Hunde ich jetzt hier... ...sich hier wieder hinsetzen lassen muss, ne? Alle. Ich hab ja jetzt schon wieder drei kleine. Na. Jetzt hab ich schon neun. Ha! Ich darf die... ...ich darf die nicht angreifen, dann gibts auf die Fresse, ne? Aber find ich gut. Dann gibts auf die Fresse paar Mal. Jetzt kannst du mich endlich nicht... ...endlich nicht mehr angreifen. Meinst du? Ja, du weißt ja, wenn ich dann wieder respawnen, sind die Hunde alle bei mir. Und die sind alle angepisst. Genau. Und die hassen dich alle. Nein, kannst du die abwerben, ne? Ne, glaub nicht. Die sind loyal. Ja. Gute Tiere. Loyalität hoch. Sogar Anzeige da dran. Wo bist du gerade? Nochmal? Ja, wenn du direkt aus der Tür kommst, kannst du runter springen. Achso, da unten bist du. Alles klar. Hast du da noch ne Schicht Steine reingemacht, oder was? Haha, schade. Weil ich bin nicht gestorben. Ich hab's von oben gesehen, aber ich dachte, ach, das reicht bestimmt nicht. Nein, die hab ich nicht da reingemacht. Die ist gewachsen. Wo bist du denn? Ja, unten in dieser Monsterfalle, die wir zuerst ausgehoben haben. Ja. Weißt du? Ich komme. Ich komme. Hier bin ich, Junge. Weißt du? Oh, Kohle. Hier, die können wir gut gebrauchen. Ja, der Kohle-Süchtige hier. Nur weil die schwarz ist. Ja, nur weil die schwarz ist. Ja, zumindest haben wir jetzt hier ordentlich Steine, die wir noch farmen können. Und so viel ist das jetzt auch nicht mehr. Nee, ist ja auch nicht. Ich meine, das Gröbs haben wir schon weg. Wie der Boden aussieht, ist ja pipi, kacki, egal, ne? Oder muss das hier auch ordentlich drin aussehen? Nee, interessiert die Monster.